Hallo zu Anu 1404 und Nussi MAD 1404 und eine Papiermühne und eine Indigo-Papiermühne brauchen wir. Indigo-Papiermühne. Steine und Steine und Ah, wir machen Plus, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. So, dann bin ich mal hier noch ein paar Bauernhäuser bauen. Mit Gottes Segen steht uns eine ertragreiche Ernte bevor. Ja, dann hoffen wir mal, dass Gott nütig ist. So, kann man jetzt da... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Setzt euch! Ihr müsst völlig erschöpft sein. Abgemacht! Ich bepacke die Graustiere und mache mich auf den Weg. Ich bepacke die Graustiere und mache mich auf die Graustiere und mache mich auf die Graustiere und mache mich auf die Graustiere. Ich bepacke die Graustiere und mache mich auf die Graustiere und mache mich auf die Graustiere und mache mich auf die Graustiere. Ich bepacke die Graustiere und mache mich auf die Graustiere und mache mich auf die Graustiere und mache mich auf die Graustiere. Oh, das dauert jetzt bis der da ist. Na komm, dann nehmen wir mal Gremse, Waffen, Dings. Und seine Mann auf, verschärben wir das erstmal. Das sollte erstmal mächtig Kohle bringen. Dann nehmt eure Waren! Ups. Naja, jetzt bin ich... Damit hat man unterwegs gewesen, aber... Da... So, und hier brauche ich dann erstmal... So... So! Schreie Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, da kann ich jetzt... Ach, ja. Ich will Bibeln verteilen lassen. Würdet ihr mir bei der Herstellung zur Hand gehen? Ja, ja. So, Indigo, 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 Indigo. Oh, wir brauchen jede Menge mehr Nomaden. Wie viele Nomaden haben wir? Die Leute suchen meinen Schutz. Ich weiß nicht, wie viel ich noch auflegen kann. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eine Straße ebnet Den Pfad zur Weisheit Ja, 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 ja Bin ich ganz deiner Meinung Oh Gott War der Aufstieg zum Kloster auch nicht zu beschwerlich? Ja Noch ein Flug auf den Weg Dann geht es los So Um warte mal wartet stopp 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 mal hier und das geld gibt mir wieder ich hatte schon völlig vergessen wie anstrengend der fahrt hinunter ins tal sein kann ja ständig nicht so an hier eine schenkel die schenke ja das wird ja bald da sein hat eine waffe nicht ach ja da wollte ich ja jetzt hier muss ich jetzt noch noch ein paar hütten zaubern so gut handeln wir hervorragend so aber so 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 Ich denke... Calm. macht mich nicht schwach dass ich da ach komm ja ja noch ein wir haben einen neuen stadtstatus erlangt so ok was brauche für ein indigo oh jetzt habe ich ein problem wie bekomme ich den höheren status in ihrer siedlung fällt es an gemeinschaft mein freund ibn al hakim lässt fragen wie es um die beschaffung der schreibutensilien steht ja wenn ich das machen dürfte wie bekomme ich mehr rum hmm 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 wie bekomme ich mehr rum mein freund ibn al hakim lässt fragen wie es um die beschaffung der schreibutensilien steht welch angenehmer besuch nein da bringt er kein geld mein freund ibn al hakim lässt fragen wie es um die beschaffung der schreibutensilien hier bekomme ich mehr rum von dir ohne deine hilfe bekomme ich auch kein okay so Seid ihr an den Kostbarkeiten des Orients interessiert? Ich freue mich. Ich habe euch sehrrito. Sich strip deinem Hof und habe hier einen riech Es tut ich euch zum nächsten Mal. Oft macht er sich bei mir den blauen Zorn auf einen threatenen Käst euch Zorn da Seiten ein paar Dieben einmal. Wir gucken euch die Zeit ohne Ab déplörung. Und beide討 recruitern ihre Grandma und stealing und meinen Rasen. Halo! Also meusifels. Tschüss. Diese Menschen sind nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Bei Allah, wir müssen dieses Unrecht stoppen. Ja, keine Idee, wie ich jetzt hier merke. Ja, und ich würde das ja gerne machen, wenn ich mal... Meine Schiffe dienen Gott allein. Die Schützin der Hand Gottes ruht auf meiner Flasche. Mein Volk flieht vor den Angriffen der blonden Heerführerin. Sie können sich nicht zur Wehr setzen. Na ja, ich speichere das mal und ich werde versuchen mal... Ähm... Mal herauszufinden, wie ich mehr Ruhm bekomme. Also bis dann. Tschüss... Tschüss...